In einem Modus, wie er spektakulärer und reizvoller und knapp trifft die Bayern 2013 im Halbfinale beim Game On. Und nicht, Vidal ist jetzt im Zentrum, das Ding geht auf Suárez. Ucic Müller traut sich nicht, den direkt zu nehmen. Perisic nicht gestellt und Müller hat kurz überlegt, ob er mit seinem fünften Assist, hier spielt er eher ein Achter. Der war wichtig! Ja, der ist offen, da sieht Kimmich nicht gut aus vom Stellungsspiel. ...zeit seiner Heimat. Semedo, der war klasse! Suárez und Neuer! Und Davis muss sich jetzt entscheiden. Messi, Messi, Messi! Perisic startet, in der Mitte zweimal Müller und Lewandowski! Rato und Semedo waren weg, Perisic, Semedo steht da völlig schief zur Welt. Merce, wieder ist die Flanke gut. Eins gehen, geht eins gegen eins, der Steak in die Mitte! Lewandowski und wieder... Sie sehen es da unten schlurfig, also dann verteidigen sie zur Zehn. Klappe! Drei! Er hat sich zum Vollstrecken im Grunde für Langley nicht... Kimmich! Gebärlich! 4 zu 1! Nach Kimmich mit der Vorarbeit. Lornat. Schnelle, direkte Kurzpassspiel des FC Barcelona. Suárez, Neuer. Kimmich. Ja, eingepackt. Bis zum 23.8. Kopf hoch, Lewandowski. Müller im Abseits oder auch nicht. Lewandowski. Suárez. Suárez, das war gut gegen Boateng! Thiago ist weit weg und dadurch ist Suárez frei und tanzt mit Boateng, der nicht so kann, wie er will, weil Gap vorbelastet, weil im 16-Meter-Rauf. Von C. Davies gegen alle! Was für ein Tor! Eine gute Autostunde entfernt von... Fati. Messi. 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 Messi und Neuer. Coutinho. Coutinho! Und Lewandowski! Schritt abseits gewesen sein. Aber da hat... Coutinho. Coutinho! Oh! Zemedo rückt nicht auf. Entschuldigung. Und jetzt, nach den Erkenntnissen von heute, kann kommen, wer will. Und jetzt, nach den Erkenntnissen, 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 nach